Das ist ein bisschen glitschig. Ich bin der Freund der Seemöwen. Holzi ist der Freund der Futterapparate. Ja, bestätig. Das ist ja los. Das war auch nicht, wie es da steht. Aber da hinten schießen sie scharf drauf. Da hinten sitzt ein richtig Wasserfontänenhoch. Ist er? Aber Leute, der schießt da nicht in einer Bebauung. Das ist nicht weit. Aber wenn ich da sowas schieße, dann schieße ich da hinten, wo möglich viel frei ist. Da hinten ist mit Sicherheit noch richtig viel frei. Doch, aber da hinten war eben die Wasserfontänen. Aber das wird immer schwer. Ne, Holzi. So schneidet man normalerweise ab. Ich helfe ihm nicht. Nein, ich helfe ihm nicht. Okay. Er wird gekeschert. Und ich habe ihn gewangen. Ich sag doch, völlige Unwissenheit ist meistens das Beste.